Inga Humpe, wirklich sein, wenn du wirklich wirst. Du bist mehr, als du gedacht hast, wenn du deinen Kern spürst, wenn du wirklich wirst. Du willst da nicht mitmachen bei den Spielchen, die fordern, dass du unwirklich bist, die heißen, ich fühle nichts, meine Haut ist dick, jeder muss glücklich aussehen, ich bin die Beste. Wenn du wirklich wirst, dann sagst du Nein zu allem, was dir die Luft abdreht. Wenn du wirklich wirst, kommst du nach Haus zu dir selbst. Wo wir angefangen haben, im Paradies zu leben. Wenn du wirklich wirst. Wenn du wirklich wirst, dann tut das weh, dir und anderen. Dann hat das Glücklichsein eine Chance. Wenn du wirklich wirst. Wenn du still bist, ist das kein Trick. Du befreist andere. Du spürst dich. Und was du kannst. Wenn du wirklich wirst. Wenn du wirklich bist. Dann bist du Sex. Was du sagst, ist was du meinst. Was du glaubst, ist was du lebst. Wenn du deinen Kern spürst. Wenn du wirklich wirst. Du bist. Untertitelung des ZDF, 2020